Hallo ihr Lieben! Schön, dass du Yoga mit Marleen wieder eingeschaltet hast. Dich erwartet heute eine Yin-Yoga-Praxis, bei der du deine Wirbelsäule in alle Richtungen bewegst. Yin-Yoga bedeutet, dass die Positionen länger gehalten werden und du so wirklich Chance hast zu entspannen, loszulassen. Das heißt auch, dass diese Praxis die passive Mobilität deiner Wirbelsäule fördert und so natürlich aber auch in der Folge ein aktiver Spielraum weiter wird. Das heißt, gerade wenn du kraftvolle Praxis gewöhnt bist, lass dich auch mal darauf ein. Wähle einen Abend, an dem du entspannen kannst, an dem alles erledigt ist. Leg deine Lieblings-Playlist parallel auf und entspanne. Alles, was du dabei brauchst, ist ein Yoga-Polster oder ein Äquivalent dazu und ich zeige dir mal ein paar Optionen. Du brauchst natürlich nicht das alles. Das ist der Polster, den du schon aus meinem Blog kennst. Den werde ich heute nicht mehr nehmen. Den gibt es auch nicht mehr zu kaufen meines Wissens gerade. Es ist einfach von Lotus Design in Deutschland handgefertigt. Ein Polster mit Dinkelspelze und Baumwoll-Außenhaut. Und dann habe ich hier noch zwei Polster von Manduka, den Rectangoland und den Round. Den Round, das ist der, für den ich mich heute entscheide. Aber du brauchst dir absolut kein Yoga-Polster zu kaufen. Jeder hat irgendetwas daheim herumfliegen, das als Alternative funktioniert. Ich zeige dir vorneweg ein paar Alternativen, die für die ganze Praxis funktionieren werden. Du kannst eine oder mehrere feste Decken zusammenrollen und dann einfach in eine Form bringen, die dein Polster am nächsten kommt. Für manche Übungen werden es mehr Decken sein, für manche Übungen reicht das vollkommen. Wenn du eine Auswahl hast, nimm eine festere Decke oder vielleicht ein Badetuch. Die lassen sich kompakter zusammenrollen. Wenn du Yoga-Blöcke hast, kannst du auch die verwenden. Aber auch hier nimm etwas darüber, damit die Kanten nicht zu hart sind. Yin-Yoga ist wirklich Entspannung. Das heißt, du sollst loslassen können. Dehnung ist okay, aber vielleicht 70%, 50 bis 70% deiner maximalen Dehnung. Das heißt, da ist wirklich noch Luft nach oben und vertraue mir, es wird sich trotzdem auch was tun. Für alle, die gerne Ergebnisse sehen, das ist so der Sinn dieser Übung. Für manche Übungen möchtest du vielleicht breiter oder höher. Und wie gesagt, dich erwarten vier Übungen, bei denen du die Wirbelsäule beugst, streckst, seit beugst und drehst. Das heißt, alle Bewegungen der Wirbelsäule für dich jetzt in einer Praxis. Also schnapp dir am besten alle ähnlichen Hilfsmittel, auch Kissen von der Couch. Platziere sie in deiner Yoga-Ecke bei der Matte. Musik nicht vergessen, ist immer super zum Abschalten. Außer du hast es gerne ruhig und kannst dich so in diese Ruhe hineinsinken lassen. Umso besser, so wie es dir gut geht, sodass du jetzt entspannen kannst und alles, was du möglicherweise jetzt gleich brauchst, griffbereit hast. Wie gesagt, ich entscheide mich heute für den Manduka-Ram. Die erste Übung ist eine sanfte Rückbeuge, eine sanfte Öffnung für den Brustkorb. Gerade weil wir alle tagsüber eher Aufgaben haben, die uns nach vorne überbeugen, ist das jetzt ein wundervoller Ausgleich und auch eine Möglichkeit, die Atmräume wieder zu öffnen und mal wieder tief durchzuatmen. Und dafür einfach deine Deckenrolle, Handtuchrolle, dein Yoga-Polster, deine Kissen von der Couch, die du dir zusammengerollt oder gelegt hast, am unteren Rücken platzieren und dich dann von hier zurückrollen. Und du kannst deine Hände so platzieren, dass entweder die Handrücken neben deinem Becken liegen, die Handrücken auf Höhe der Schultern oder die Fingerspitzen nach hinten oben Richtung zueinander finden. Hier spüre ich für mich, das ist heute schon etwas zu viel, meine Atmung ist etwas weniger tief, sieht wahrscheinlich jetzt noch gar nicht so aus, es zieht mich aber zu sehr in die Rückbeuge, mehr als ich jetzt möchte. Also es geht wirklich, wie gesagt, um so 50-70% deiner Maximalkapazität und du spürst vielleicht nicht so viel, als du gewohnt bist. Und das ist okay und das ist gut so. Also nimm jetzt wirklich Zeit, dich hier auszurichten, sodass du wirklich dich wohlfühlst. Schnapp dir auch deine Decke, um dich zuzudecken, falls dir auch nur ein Haufen kühl ist. Meine neue Fußbodenheizung wärmt mich hier heute wunderbar. Aber schau wirklich, dass du es dir richtig gut gehen lässt. Darum geht es jetzt hier. Und für die Beine finde ich ebenfalls eine Position, die dem entspricht. Du kannst die Füße mattenbreit aufstellen, die Knie zueinander sinken lassen. Du kannst die Beine einfach strecken. Oder, das finden viele auch sehr angenehm, zwei Bücher oder Yoga-Blöcke nehmen. Hauptsache die gleiche Höhe. Und für Parakonasana die Fußsohlen zueinander bringen und die Knie auseinander sinken lassen. Aber auch hier wieder so weit stützen, dass du dir nicht denkst, das zieht viel, sondern eher, ah, da ginge jetzt noch was. Und gerade, wie gesagt, wenn du es gewohnt bist, Gas zu geben, fällt es dir wahrscheinlich schwer, das so anzunehmen. Aber ich lade dich einfach darauf ein, dich heute darauf einzulassen und zu schauen, was es macht. Ich entscheide mich für die Variante mit gestreckten Beinen. Und nimm dir ruhig noch Zeit, dich hier jetzt richtig gut und richtig gemütlich auszurichten. So, dass du maximal entspannen kannst und gerade mal fühlst, wie deine Schultern entspannt zu den Seiten tief sinken. Während deine Wirbelsäule, dein Kopf wunderbar gestützt sind. Und dein Becken schwer auf der Matte ruht. Erlaube dir, den Kopf komplett loszulassen. Und die Muskeln in deinem Hals, deine Zunge, deine Lippen komplett zu entspannen. Vielleicht öffnen sich die Lippen dabei sanft. Und du auch deinen Beckenboden bewusst loslässt. Aktiv alle Spannungen des Tages loslässt und dich so komplett in die Passivität des Abends versinken zu lassen. Und diesen Raum jetzt zu nützen, deine Atmung sich ausdehnen zu lassen. Und jede Einatmung heben sich Bauch und Brustrahmen. Mit jeder Ausatmung lässt du wieder vollkommen los. Das ist noch nicht so sehr. Und nach deinen Rippenbögen, die jetzt durch die Haltung, sich etwas mehr eingeladen sind, zu öffnen, erlauben, sich in der Einatmung ebenfalls auszudehnen. Um jede Ausatmung zum Boden hin zu entspannen. Atme so noch dreimal tief durch. Atme so noch dreimal tief durch. Und dann von hier roll dich seitlich von deiner Unterlage runter, gib sie mit einer Hand zur Seite und komm von hier in die Rückenlage. Legt in den Handflächen, wenn sich das gut anfühlt, gerne einen Moment auf dem Bauch. Und spüre nach. Für die zweite Übung lade ich dich ein, wieder deine Unterlage zu schnappen. Es kann dieselbe sein. Sie wieder genauso zu platzieren. Der Länge nach auf deiner Matte. Und jetzt in eine Stellung des Kindes zu kommen. Und ich mag es, in der Lage zwischen meinen Oberschenkeln einzuklemmen. Und dann von hier in die Vorbeuse tief zu kommen. Ich will ein Mikro für euch neu richten. Den Kopf zuerst zu der einen Seite drehen und dann zu der anderen. Du kannst aber auch ein Handtuch oder eine Decke nehmen und deine Stirn darauf abzulegen. Und so Freiraum für deine Nase haben, um hier atmen zu können. Ich entscheide mich für die Variante mit dem gedrehten Kopf. Ich mag es, auch meine Knie hier weit zu öffnen. Den Polster wirklich gut so zu positionieren, dass auch der Bauch wunderbar gestützt ist. Und dann von hier gern bewusst wieder. Beckenboden, Hals, Kiefer, den ganzen Kopf zu entspannen. Und wenn sie noch nicht geschlossen sind, auch deine Leder zufallen zu lassen. So dass du den Blick nach außen schließen, nach innen öffnen kannst. Und so als Ausgleich jetzt die Vorbeuge wahrnimmst, die diese Position dir schenkt. Wie sie die Hüften sanft öffnet. Und den unteren Rücken ganz sanft streckt. Wenn du merkst, du kannst hier noch nicht loslassen, weil du noch nicht in diesem Sanftbereich bist, sondern eher so deinen maximalen Bewegungsspielraum ausschöpfst. Leg dir gerne noch etwas mehr unter, in die Knie etwas enger. Und wenn du es richtig gemütlich hast, erlaube dir hier wirklich in die Stille zu kommen. Und auch hier wieder deine Atmung zu vertiefen. Wenn du den Kopf zu einer Seite gedreht hast, drehe ihn gerne jetzt auch zu anderen. Damit ihr mich gut verstehen könnt, bleibe ich für dich heute so in dieser Position. Nun leide ich dich ein, auch hier deinen Atem zu vertiefen. Zu spüren, wie sich Bauch und Brustkorb in deine Unterlage schmiegen mit jeder Einatmung. Und wie du etwas tiefer sinkst mit jeder Ausatmung. Spüren, wie sich auch die Rippenbögen zu den Seiten hinausdehnen. Und wieder entspannen, wenn du ausatmest. Und wieder entspannen, wenn du ausatmest. und sich über die Körperseiten um den Rücken nach hinten schmiegen. Und erlauben nun auch den Rippenbögen, sich nach hinten hin auszubreiten. Und von hier auch nach oben und unten hin in den unteren Rücken. und in den Bereich zwischen den Schulterblättern tief zu atmen. Lachen. Ausatmen. Atmest du noch dreimal tief durch. Und dann visualisiere, wie du jetzt gleich mit dem geringstmöglichen Aufwand in die Rickenlage kommst, als Ausgleich für diese entspannte Vorbeuge. Lass die Augen geschlossen. Lass den Atmen entspannt und tief weiter fließen und ganz entspannt drückst du dich mit beiden Händen hoch, schiebst den Bolster beiseite, schiebst den Knie zu einer Seite und rollst dich auf den Rücken. Die Knie gehen in mattenbreit, die Füße mattenbreit aufgestellt. Die Füße gehen mattenbreit, die Knie sinken zueinander. Und du lass den Atem ganz einfach tief und entspannt weiter fließen. Vielleicht merkst du, wie du mit jeder Ausatmung ein Stück weit entspannter, ein wenig schwerer und ein wenig losgelöster wirst. Von allem, was du jetzt und hier nicht brauchst. So, dass du einfach sein darfst. So, wie es eben ist. Und für die nächste Übung lade ich dich ein. Wieder eine Unterlage, das kann jetzt auch eine kleine Deckenrolle oder eingepolsterter Block sein, jetzt quer auf der Matte zu positionieren. Und ich nenne das oft Z-Sitz, man kennt es auch an dem Meerjungfrauensitz, die Beine da zu positionieren und dann die Taille seitlich vom Bauchnabel über deine Rolle zu drapieren. Die Beine dürfen aus diesem Meerjungfrauensitz gerne. Es kann sein, dass du hier offen bist, dass das Knie in der Fußsohle bleibt. Für mich zieht das heute aber definitiv zu viel in der Seite. Für dich kann es sein, dass du trotzdem hier gar nicht so viel spürst. Und du siehst es ja auf dem Video, aber wahrscheinlich trotzdem, dass hier so eine sanfte Öffnung über die Seite ist. Für mich zieht es hier drin, es kann aber auch überall hier rundherum im Gewebe eine Öffnung sein. Vielleicht sogar eher hier runter. Also hier gerne offen bleiben für alles, was den Körper dir jetzt aufzeigt. Und einfach ins Erleben hineingehen. Und wie gesagt, das soll gar nicht zu viel sein. Wenn es zu intensiv ist, mach deine Rolle gerne etwas kleiner oder nimm ein kleineres Kissen. Und die zweite Hand kannst du vor dir auf der Matte platzieren. Ich merke hier, da verliere ich fast ein bisschen zu viel, das mag ich gar nicht. Ich lege sie hinter meinen Rücken. Und du kannst sehr gerne deinen Kopf auf einem Block auf einer Decke platzieren. Dann kann der Arm auch noch viel angenehmer, ohne dass du jetzt wirklich irgendwas vom Körper aktiv halten musst, hier von der Schulter in die Streckung gehen. Und spiel dich gerne hier noch ein wenig mit deiner Position. Drück gerne auf Pause, wenn du merkst, du bist noch nicht ganz dort. Und so bis du wirklich merkst, hier ist eine sanfte Öffnung in der Körperseite. Du bist so drapiert, dass du komplett loslassen kannst. Und vertiefe auch hier noch einmal die Atmung. Auch in die Körperseite, rund um die ganze Wirbelsäule. Und spür ganz bewusst den Bereich der sanften Dehnung. Und wie es sich in der Einatmung, in der Atemfülle anfühlt. Und wie es sich vielleicht verändert, wenn du ausatmest und in der Atemlehre bist. Und nimm wahr, wie sich der sanfte Dehnreiz verändert. Nicht nur mit der Atmung, sondern auch mit der Zeit. Ich merke für mich heute, es wird sogar intensiver, je mehr ich loslasse. Strecken sich tiefer liegende Schichten. Das ist bei jedem anders, jeder Tag ist auch anders. Also schau einfach, was für dich hier und jetzt stimmt. Ganz entspannt, völlig losgelöst. Und dass jetzt irgendetwas sein müsste. Ich kann sich zum Ausgleich gerne einen Moment auf den Rücken drehen. Wenn du weiter in die Drehhaltung gehen möchtest, stütze dich mit beiden Händen hoch, die Füße bleiben in diesem Meerjungfrauen-Set-Sitz und du beugst dann von hier deine Arme so weit, dass deine Schultern auf eine Ebene kommen. Das heißt, wenn bei dir jetzt das rechte Knie vorne ist, beugst du vielleicht den linken Arm etwas weiter oder andersrum. Und dann von hier lässt du deinen Bauch in dieser Drehung wieder über deine Deckenrolle, über deinen Polster drapieren. Merke, jetzt kann etwas höher gepolstert angenehm sein oder du lässt auch hier wieder einfach die Knie übereinander rutschen, um etwas von der Dehnung und von der Drehung damit herauszunehmen. Du kannst hier wieder eine Deckenrolle schnappen, deine Stirn auflegen. Hier eignet sich auch wunderbar ein Block. Gerade so die Schaumstoffblocks haben relativ weiche Kanten. Ich habe einen Korkblock, der ist etwas fester, den polstere ich mir gern. Wenn du deine Position gefunden hast, bleibe gerne hier. Merke, es ist eine sanfte Drehung, hoffentlich die Wirbelsäule hoch. Du hast wahrscheinlich eine leichte Öffnung im unteren, abgewinkelten Gesäß und Bein durch diese Position. Und dann von hier vertiefe wieder deine Atmung. Lass mit jeder Ausatmung Dein Rumpf schwerer werden. Vor allem, wenn das richtige Knie jetzt vorne ist, auch die linke Schulter, die linke Körperseite. Sodass du dich in den Armen nicht halten musst, dass du den Kopf sinken lassen kannst. Und deine Atmung wieder vertiefst. Spüre wieder, wie es dich anfühlt. Wenn du in die Fülle kommst. Und ob sich etwas verändert, wenn du wieder ausatmest. Merke, ob sich die Drehung und Öffnung in der Hüfte mit der Zeit verändern. Und ob sich das Gefühl, das, was dabei entsteht, verändert. Und ganz einfach. Und hier Vielen Dank. Atme noch dreimal tief durch. Und dann visualisiere wieder, wie du ganz entspannt mit geschlossenen Augen jetzt gleich in die Rückenlage kommst. Und wenn du dich einfach hochstützt, deine Unterlagen zur Seite gibst, tief dabei weiter atmest. Während du dich in die Rückenlage rollst, geh dann wieder mit aufgestellten Beinen die Knie zueinander gesunken. Und spüre ganz bewusst, ob sich jetzt beide Körperseiten gleich anfühlen. Ob du dich vielleicht ein wenig schief fühlst, oder einerseits präsenter ist, so wie ich es jetzt für mich wahrnehme. Dass es für dich anders ist, oder eigentlich alles gleich. Dabei geht es weniger um die Antwort, sondern einfach um die Wahrnehmung, die dich ins Hier und Jetzt in deinen Körper führt. Der dich bewusst diesen Moment erleben lässt. Und kannst hier gerne noch einige Momente verweilen. Und wenn du bereit bist, nimm dir einfach alle deine Hilfsmittel mit. Und jetzt ganz entspannt für die andere Seite vorzubereiten. Und dann erinnere dich, wir sind zuerst in dieser Seitbeuge. Aus dem Z-Sitz, aus dem Meerjungfrauen-Sitz. Der vordere Oberschenkel parallel zur Deckenrolle. Die Deckenrolle circa auf Höhe des Bauchnabels in deine Taille. Und gerne den Kopf so abgelegt, dass du auch die untere Schulter komplett entspannen kannst. Die Knie hinten. Knie an Knie oder Knie auf Knie. Und jetzt merkst du, dass du zu circa 60% deiner maximalen Dehnung hast. Ein bisschen mehr, etwas weniger. Die Hand vor oder hinter dir, die obere, trappiert. Und wirklich, mehr ist hier nicht besser, sondern gerade so, wie du merkst, du kannst loslassen. Wenn du schon eine Weile auch ruhige Yoga-Varianten übst, dass du für dich erfahren hast, dass man oft glaubt, man ist schon komplett entspannt, aber dass dieser Grundzustand immer schon vielleicht etwas angespannt ist. Und so deinen Atem zu nutzen, jetzt vielleicht noch ein Stück mehr Kraft abzugeben, sodass dein Körper jetzt ganz passiv über deinen Hilfsmitteln in die Matte sinken kann. Und du eine sanfte Öffnung irgendwo entlang deiner Seite spürst. Die Haltung nutzt dein Atem, auch in diese Richtung der Dehnung hin ausdehnen zu lassen. Und für mich ist die Intensität und der Atemfülle so immer ein Stück mehr. Und die Dehnung lässt mit der Ausatmung und sanft wieder nach. Das kann für dich auch ganz anders sein. Du bist genau richtig, wenn du deine Position findest. Und deine Dehnung ist irgendwo zwischen kaum fühlbar und minimal bis hin so, sodass du noch tief und entspannt durchatmen kannst. Und deine Dehnung ist irgendwo mit der Dehnung. Und deine Dehnung ist irgendwo mit der Dehnung. Wenn du zwischendurch gähnen oder seufzen musst, mach das bitte. Das ist ein Zeichen, dass das entspannende Teil deines Nervensystems startet. Das war Bauchkummeln. Das war ein guter Indikator, dass das System runterfährt. Anatme noch dreimal tief durch. Inhalte. Und für die Drehung erlaubt jetzt wirklich ganz unaufgeregt zu bleiben, der Atem fließt genauso weiter, die Augen bleiben geschlossen, du weißt ja wohin es jetzt geht, stützt die ganz langsam hoch, zu wenig Muskelkraft aus deiner Taille wie möglich, nutzt wirklich die Arme. Schenkst dir da einen Moment für den Übergang, legst die Knie vielleicht übereinander, wenn du merkst, brauchst du ein bisschen mehr Raum für die Drehung. Wiegst den Rumpf vielleicht von einer Seite zur anderen und beugst dann die Arme, beide oder abwechselnd spüren wir, was das macht. Und dann merkst du, wenn jetzt das linke Bein vorne ist, wenn du den rechten Ellenbogen ein Stück mehr beugst, wie der Rumpf dann mehr in diese Drehung geht. Und schau, sodass bis bei den Schulterblättern das Gefühl auf einer Höhe sind. Und von hier kommst du dann über deine Deckenrolle tief, oder dein Polster, oder was immer du dir da gebastelt hast. Wechsle auch gern zu einer höheren Variante, wenn du merkst, für die Übung wäre das schön. Und legt dann den Stirn so ab, dass du den Kopf und deine Schultern entspannen kannst. Und daher dreh den Kopf gern zu einer Seite, wenn du merkst, dass du es brauchst, du merkst, auf der Seite geht das jetzt gerade so viel besser. Und jetzt hast du, es ist jetzt wirklich keine Arbeit, bei der du irgendwas schuffen, beweisen oder erreichen möchtest. Es ist wirklich die Einladung, einfach zu sein. Und du alles loszulassen, was du dafür nicht mehr brauchst. Was du vielleicht aufgeladen hast. Du brauchst es gar nicht zu benennen oder zu erklären, wenn sich die Gedanken kommen. Und lass sie einfach wieder vorüberziehen. Und vertiefe hier wieder deine Atmung. Und wieder Ausatmung, lass den Rumpf schwerer werden. Und wenn du jetzt das linke Bein vorne hast, vor allem halt die rechte Schulter tiefer sinken in die Drehung. Und wieder ausatmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wir kommen dann gemeinsam in die Rückenlage. Danke für diesen Übergang. Ganz entspannt, mit tiefer Atmung. Gerade so viele Bewegungen wie notwendig sind. Die Beine, der Rücken bleiben jetzt entspannt. Du stützt die aus der Kraft. Deine Arme hoch. Jetzt nehmen wir mal eine Unterlage mit für unter die Kniekehlen. Ich stehe einfach da jetzt noch einmal parallel zum kurzen Mattenrand. Und ein Drittel der Matte ab. Und wenn du eine Decke bei der Hand hast, deck die gerne zu. Wie warm sie ist, kann es sein. Dass man so zwischendurch ein Stück weit auskühlt. Wie gesagt, bei mir ist es heute sehr, sehr warm. Aber bock dir gerne gut ein. Machst du so richtig gemütlich. Es darf jetzt kaum mit luxuriösen anfühlen, was du dir schenkst. Mehr ist, was du für dich gewohnt bist zu tun. Und wenn du merkst, dass du ganz gut liegst, dass du komplett losgelöst sein kannst hier. Entspann deinen Beckenboden, löst den Kiefer. Und lass deine Leder schwer sein. Und deine Lippen weich, sodass sie vielleicht ganz von selbst öffnen. Der Kopf sinkt schwer in die Matte. Der Becken ist schwer. Du gibst das Gewicht. Mit jeder Ausatmung. Ein Stück mehr ab. Mit deinen schweren Beinen. Deine Pferden. Auf der Matte Ruhm lass. Und erlaubst deinen Atem. Ganz entspannt zu kommen. Zu gehen. So wie er es jetzt möchte. So wie er es jetzt möchte. влад acht. Und erlaubst du sagen. Und erlaubst du dich. Und erlaubst du dich. Und erlaubst du dich. Und erlaubst du dich. Also wie ero. Ganz egal, ob du jetzt noch eine Weile hier ruhen möchtest. Vielleicht noch einen kurzen Moment nachspüren möchtest, wo du in den Atem startest, ins Bett gehst, was auch immer es jetzt ist, wohin deine Zeit jetzt führt. Nimm diese ruhige, entspannte Atmung. Einfach sein und sein lassen. Jetzt mit. Und wenn du mir schließen möchtest, die Deckenrolle beiseite. Dreh dich auf eine Seite. Schütze sie mit beiden Händen hoch. Und einen ganz entspannten Sitz. Ganz entspannt weiteratmend. Nimm gern mit mir die Hände. Der Name vor der Herr. Vielen Dank, dass du Yoga mit Marleen wieder eingeschaltet hast. Namaste. Gut. Gut, geht gut.